Gold 2 muss jetzt gönnen. Gold 2 ist das einzig Wahre für Westport und Bruno Fernandes. Da kommen die Chats. In Gold 2. Da bekommt man nämlich 45.000 Nürnzens superänes, ein seltenes Gold-Pack, ein zweimal seltenes Meta-Pack. Heftig. Ich sehe mich jetzt in so einem roten, es wird Sonnenbeäunerung. Aber eigentlich sehe ich mich in einem roten Resport. Da sehe ich mich. Ederson. Klasse. Ich nehme Jean, weil ich den vielleicht irgendwann mal einbauen kann. Mit so einem Resport. Den werde ich nie spielen, Chat. Wir nehmen Jean. Jean ist okay. Jean tostet 290.000. Vielleicht spiele ich den irgendwann mal. Der ist auf jeden Fall mir, glaube ich, lieber wie dieser Tattel, Herr Fico. Und Maun tostet 280.000. Ja, schau ab in die IV. Ist echt eine stabile Tarte. Ja. Zett, glaubt ihr, da kommt überhaupt ein Walkout? Seltenes Meta-Pack. Komm jetzt. Hier ist Pops. Ja, komm. Endlich. Das ist, glaub ich, Gratible. Let's go, Mann. Ba, 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 ba. Was denn? Gold 2. Luzon. 300k. Mitnehmen. Gold 2. Das ist mein Rand-Check. Da sehe ich mich. Fast nochmal. Nochmal einmal. Nein. Supersache. Bin jetzt schon zufrieden. Bin jetzt schon zufrieden. Mehr will ich gar nicht. Passt. Ich hab seit Wochen, glaub nicht mal, einen Walkout verwirklicht gehabt. Heftig war das. So, rein da. Schade Marmelade. Das offizielle beste Pet haben wir ja noch. Bin jetzt schon zufrieden, ehrlich. Klar, die Millionen haben wir verpasst mit Gold 2, aber vielleicht kommt jetzt noch so ein Rest fort. Ich sehe mich da. Was ist das? Dann noch was Oplatt. Oplatt. Ist okay. Es geht schlimmer. Es ist okay. Dahinter noch ein Neimer. Kann das sein? Das ist ja eh den Zettel, alter Albträume vor dem. Albträume fast bekommen. Mit dem Milser. Leider kein weiterer Kotz. I'm so sorry. Ich bin so sorry.